Der Podcast für Männer mit Seele. Hier ist wieder für dich Markus Lehmkuhl und heute spreche ich wieder mit dir über das Setzlife-Jahrescoaching für Männer in Haus an See, ob wir oder ob du in dieser Sechser-Männer-Gruppe hier ganz intim arbeiten möchtest oder aber ob wir beide im 1 zu 1 arbeiten, uns supporten oder ich dich supporte über einen längeren Zeitraum. Ich möchte heute mit dir nochmal darüber sprechen, worum es eigentlich geht, es ganz banal, einfach, verständlich auf den Punkt zu bringen, worum es für dich geht und warum du wahrscheinlich auch mir jetzt gerade in diesem Moment zuhörst. Es geht um die Frage und die Feststellung, führst du das Leben, das zu dir passt und das ist gleichzeitig das Ziel dieses Coaching-Prozesses. Über das Wie, wie das vonstatten geht, darüber habe ich schon mehrfach erzählt, dass wir hier über ein Jahr in sechs Wochen und Modulen uns hier treffen werden in meinem Haus am See, sehr familiär, sehr verbunden, sehr nah unter Gleichgesinnten uns hier austauschen und supporten und zwar in die Richtung, dass du das Leben für dich führst, das zu dir passt. Und weißt du, diese ganze Rederei da draußen von Erfüllung, wie kannst du glücklich sein, wie kannst du dich glücklich machen, wie kannst du zufriedener sein, die Zufriedenheit in deinem Leben. Diese Begriffe sind alle richtig, sind alle treffend und zutreffend, für meinen Geschmack mittlerweile aber so hochjustiert und hochgeschaukelt und illusioniert, dass sie so wirklich so, also A, nicht stattfinden und als so hohes Ziel dargestellt werden, als dass es nicht zu erreichen ist. Warum holen wir die Kuh nicht vom Eis und bleiben mal hier bodenständig auf dem Boden? Wie wäre es, wenn du für dich einfach sagen kannst, hey, ich führe das Leben, das zu mir passt und zwar in all deinen Lebensbereichen, dass du am Ende des Tages sagen kannst, es passt, es passt so, wie es ist. Ich finde, das klingt wesentlich leichter, entspannter, toleranter, es bezieht auch mehr, ja, ich will nicht sagen die negativen Seiten, aber es bezieht alles mit ein, aber unterm Strich kannst du für dich sagen, hey, es passt für mich. Und ich glaube, wir sollten einfach da anfangen, die Frage zu stellen, führst du das Leben, das zu dir passt? Wenn wir mal so allgemein bleiben und du dir diese Frage stellst und jetzt komme ich wieder mit meiner Skalenfrage auf einer Skala von 1 bis 10. 1 passt gar nicht, 10 passt, volle Pulle, volle Punktzahl. Wenn du ganz spontan aus deinem Bauch heraus dir jetzt die Frage stellst, führst du das Leben, führst du dein Leben, das zu dir passt, welche Zahl kommt dir da ganz spontan? Und dann stell dir die Frage, inwieweit du mit dieser Zahl zufrieden bist und wie viel Potenzial du da für dich noch siehst. Und dann kannst du das runterbrechen und das ist auch ein Teil der Arbeit, das in deine diversen Lebensbereiche runterzubrechen. Ich beziffere acht Lebensbereiche. Ich will sie jetzt gar nicht alle aufführen, aber das ist dein Berufsleben, das ist dein Privatleben, Beziehungsleben, Familienleben, Freunde, Aktivitäten, Wohlstand, Selbstverwirklichung, Gesundheit und so weiter und so weiter. In all diesen Bereichen kannst du dir auch die Frage stellen und da auch dir eine Zahl geben. Und dann kannst du mal schauen, in welchen Bereichen du für dich Potenzial siehst oder aber sagst, läuft. Unterm Strich passt es. Da nicht, da mehr, wie gleiche ich das aus? Dieses passt schon. Finde ich etwas Erleichterndes. Was löst es bei dir aus, wenn du am Ende des Tages sagen kannst, jo, es passt. Da sind Sachen dabei, okay, klar, das gehört zum Leben dazu, aber ey, es passt. Es passt überwiegend. Oder aber du sagst, nee, ganz ehrlich, irgendwie mehrheitlich passt es nicht. Sollte ich mal hingucken. Wie kann ich es denn passender für mich machen? Und dieses Passen passt schon. Wenn du das für dich sagen kannst, welches Gefühl löst das bei dir aus? Ruhe, Gelassenheit, Frieden? Weißt du, jemand hat mir mal gesagt, Liebe spürst du nur in der Abwesenheit. Was soll das heißen? Das soll heißen, wenn du eine Partnerschaft hast oder deine Kinder hast oder wie auch immer. Wann spürst du die Liebe am deutlichsten? Ist es nicht so, wenn du dir die Zeit nimmst, wenn dein Partner oder diese Kinder nicht da sind und du darüber nachdenkst und dann kommt eigentlich dieses starke Gefühl in dir auf? Oder ist es im Miteinander, ja im alltäglichen Miteinander, was wir ja so fast alltäglich automatisch runterspulen, also wo wir mehr unbewusst sind, was auch alles okay ist. Wir sollten uns nicht so perfektionistisch trimmen in diese perfektionistische Glückzufriedenheit, also uns die Trauben nicht so hochhängen, dass wir sie überhaupt nicht pflücken können. Und das kommt mir so häufig vor, wenn ich das alles da draußen lese, sag ich, ey, bleib doch mal auf dem Teppich. Lass uns doch erstmal die ersten Schritte geben. Dass es da, wo es für dich nicht passt oder am wenigsten passt, etwas passender wird. Die ersten Schritte gehen. Und jetzt bin ich auch schon in der Begründung dafür, dass ich mit dir einen längeren Prozess begleite und supporte. Weil es geht darum, kleine, machbare, mögliche Schritte für dich zu gehen, zu gucken, wo du stehst, dir auch die Zeit zu geben, nicht so brachial da irgendwas umzuändern. Veränderung macht uns unsicher. Das ist so. Es ist egal, welcher Blödsinn wir als Gewohnheit haben, aber es ist Gewohnheit und wir holen uns nicht freiwillig aus der Gewohnheit raus. Aber eins kann ich dir versprechen. Das Leben passt schon deutlich besser für dich, wenn du einfach für dich die Entscheidung getriffst und getroffen hast, es für dich passender zu machen. Und sagst, ich fange jetzt an. Du musst diese Resultate, die es für dich passend machen, in deiner Beziehung, in deinem Job oder wie auch immer, die musst du noch gar nicht erzielt haben. Aber wenn du dich auf den Weg begibst und auf den Weg fühlst und sagst, hey, ich bewege mich dahin, ich habe die ersten Schritte getan und der erste Schritt ist deine Entscheidung, es zu tun, es umzusetzen, dich begleiten zu lassen, vielleicht einen Jahresprozess mit mir oder in der Gruppe unter den Männern zu machen. Allein bei der Entscheidung, wenn du da unter Gleichgesinnten bist, ist es schon wesentlich passender für dich. Weil dann weißt du, dass es immer passender für dich wird, dass du immer häufiger, jeden Tag, bevor du schlafen gehst, jede Woche, jeden Monat, egal wann, wenn du dir die Ruhe gibst, in der Abwesenheit deines Alltagstrubels darüber nachdenkst und sagst, na, wie war es denn vor einem Monat, vor drei Monaten, als du dich entschieden hast, loszulaufen? Ist es jetzt passender für dich? Weißt du, das Gefühl, was du dann bekommst, das ist schon fast 100% passend, ohne es dein Ziel erreicht zu haben. Wenn du es kennst, wenn du dich reinfühlen kannst, wo du hin willst, was für dich passt und stimmig ist, dann fühlt sich das schon 100% an. Und selbst mein Hund Bolle, der hier gerade unter dem Tisch liegt, stimmt mir ja wohl zu. Also, wenn du für dich herausfinden willst, inwieweit dein Leben gerade passend für dich ist oder nicht passend für dich ist und was du daran ändern kannst und das mit mir besprechen möchtest, freue ich mich über deinen Anruf, über deine E-Mail und wir werden in diesem Gespräch relativ schnell herausfinden, wie es für dich passen kann, was die ersten einfachen, möglichen und machbaren Schritte für dich sind und wo deine Ziele sein können. Dein Markus Lehmkuhl Dein Markus Lehmkuhl